Hallo, ich bin der Angelo Theodosiadis. Ich bin der Schichtleiter hier im Stahlbaulager München. Ich bin seit letztem Jahr November hier. Ich führte vor ein paar Monaten Festübernahme. Ich habe als normale Mitarbeiter angefangen und jetzt bin ich der Schichtleiter hier im Stahlbaulager. Der Standard gefällt mir, dass ich gleich einen S-Bahn Zugang habe und das hilft wirklich. Nicht nur mir, sondern viele Jungs hier, die kein Auto haben. Unsere Tätigkeiten sind eigentlich nicht kommissioniert, wie auf jedem Lager. Arbeitstag ganz normal, acht Stunden Arbeit, eine Stunde Pause, super entspannt. Für mich selber ist es ein Traumjob, ich sage mal so.